Ich muss mal das Ganze angehen, dass man in der Höhe auf der Delegation achten. Und das ist perfekt, wobei man doch in Deutschland eigentlich ein anderes macht. Der Wiesner Mediziner hat sich einen Namen gemacht, in dem er in Lüste gewöhnt. Und hier reden wir von 5.000 Metern aus dem normaler Jahr, die jetzt die Geschichten in Lüste gewöhnt hat. Da muss wieder Lüste kommen, die in Deutschland helfen. Und das funktioniert gut. In den Grünwerksteigern haben wir eine Baustoffmanie in der Lüste erfüllt die Menschen in den Baustoffmanie bei den Patienten. Mit dem Unterschied, dass er dadurch nicht dran kommt, dass er auch von Luftbewegung im Baustoff ist, obwohl die Lüste nicht funktioniert. Im Ziel der Baustoffmanie setzt dann die Lüste auf der Lüste, auch bei der Deutschland. Und so können für manche genügend Menschen die Tatschweiler, Medikamente, für die Bundeskommission, also unter Vergebnissen nachleihten, für die Menschen in den Baustoffmanien. Und dann sind wir auch schon bei einem gewissen Arbeitsfeld, wenn Griminger nicht im Kommen unterwegs ist, wenn er wieder auf die Werbe steigt, dann arbeitet er als Chefarzt.